Nee, ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Ich meine, das wird ja dann so oder so mal was ganz anderes, ne? Ich mache jetzt einfach mal 60, dann könnte eventuell ungefähr hinkommen. Was, da brauche ich auch nochmal 6, 7 Esslöffel. Das, was Ben sagt. Du machst dir aber leicht hier. Einfach ein bisschen zeigen, was du kannst, würde ich sagen. Boah, ey, das wird, ich sehe das schon, komm, ne? Starte den Stream dann, dann stehe ich da, dann schäme ich mich. Ich glaube, ich mache das irgendwann mal abends, dass ich ein Säckchen dabei aufmache. Ne, schauen wir mal, ich schaue mal, ich lasse mir was einfallen. 50% abgeschlossen. Was für Lieder machst du, Poldance? Soll ich mal das eine oder andere Lied gleich anspielen? Also kann man auch, ich mache eben was rein, Moment. So, sonst komme ich hier nicht weiter. Also kann man ja auch super unterschiedlich auslegen, nein? Kommt halt auch an, wie man gerade Luftpott zu tanzen, gibt halt Lieder, die so sehr, sehr langsam entspannt sind, wo man einfach so schön tanzt. Gibt es aber auch Lieder, da kann man halt Gas geben, um ein bisschen schneller irgendwas zu machen. Das ist so ein bisschen, je nachdem, wie man Bock hat. Hätte sonst vielleicht auch eins mit ruhigen und ein bisschen peppigen Passagen. Immerher damit, immerher damit, super gerne. Ach, das war doch nicht so gemeint. Ist doch schön, dass ihr die gleiche Meinung habt. So, auch noch ein Ei da drin und dann mische ich das einmal schnell. Okay. Eigentlich, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen will, aber vielleicht würde ich im Verlauf des Streams auch mal so ein bisschen Songwünsche mit einführen, wenn ich mich wohl damit fühle. Legends Never Die. Ja, da mal kurz rein. Ich bin mal gespannt, ob du meinen Geschmack trifft. Und wem? Ist das? Ist das? Ich mache einfach mal das Erste, sagt mir mal, ob das stimmt, wenn. Stehe ich mit dem Ei in der Hand. Und außerdem brauche ich noch ein zweites. Ja, gar nichts. Schon an? Ja. Ah, okay. Und das ist ein bisschen leise für euch. Ich mache mal ein Ticken lauter, glaube ich. Ich glaube, das ist mir zu langsam. Das will ich mal kurz reinhören. Ist das zu irgendeinem Spiel oder Film oder so? Das hört sich so nach sowas an.